so ich bereite gerade mein mittagessen noch mal so ich bereite gerade mein mittagessen am brot zu wie man es auch nennen möchte rahmennudeln mit veganem hack so die müssen ich kann das gar nicht so mit einer hand filmen so müssen ein bisschen durchziehen aber dann sind die später durch sieht auch ein foto hier ein bisschen blass so so ist besser und eine hand ist das auch scheiße und jetzt noch ein bisschen durchziehen lassen und dann später ein anständiges foto machen weil so ist das ein bisschen nicht so lecker wie es ausschaut wie saß sind rahmennudeln mit veganem hack so ein wunderhack so bleibt mir gewogen have a nice day na den ausknopf finde ich mal wieder nicht